Weißzeit, der Angel-Podcast von Fisch und Fang und vom Raubfisch. Mit Thomas Kallweit und Markus Heine. Der Herbert Zier ist und du hier seit 100. geboren von 104 Teams. Einfach mal komplett gelost, genau. Das kann jedem mal passieren. Das kommt selbst in den besten Familien vor, dass man mal keinen wegfällt. Die haben im Krankenhaus gesagt, wir können das nicht mehr verantworten, sie jetzt gehen zu lassen nach Hause. So, die Lösung von Herbert. Tipp vom Kumpel. Er ist zum Schamanen gegangen. Zu wem? Zu wem. Schönen guten Tag zusammen. Es ist wieder Beißzeit, der Angel-Podcast von Fisch und Fang und vom Raubfisch. Ich bin der Markus Heine und mit mir dabei ist wieder das wandelnde Angel-Lexikon Thomas Kallweit. Oh wei, ja, hallo zusammen. Thomas, grüß dich. Es ist draußen jetzt, also wir haben heute, was sagen wir heute eigentlich? Heute ist der 19. Oktober. Und ich gucke hier aus meinem Büro in eine Nebelwand. Es ist diesig kalt. Der Herbst hat Einzug gehalten, Thomas. Raubfischzeit, oder? Ja, stimmt. Aber gerade eben erst. Wir müssen ja sagen, dass wir jetzt fast anderthalb Monate schönstes Spätsommerwetter hatten. Und das ist heute einer der ersten Tage, wo es so ein bisschen Richtung Herbst geht. Warst du die letzten Tage auch mal angeln? Ich war letzte Woche zwei Tage Barschangeln mit unserem geschätzten Freund und Kollegen Uwe Pinnau. Oh, mit dem Präsidenten. Ja genau, mit dem DHC-Präsidenten. Genau, wunderschönes Barschangeln bei 20 Grad auf dem Hausgewässer. Ja, die Hechte haben uns zwar das Leben ein bisschen schwer gemacht, also viele kleine Hechte, aber es war trotzdem ein schönes Barschangeln. Ihr habt aber Hechte gefangen? Kleinere, also die wollten wir eigentlich gar nicht fangen, aber wir haben schön Barsche gefangen, so bis 35 Zentimeter und auch viele. Wir haben heute nämlich jemanden zu Gast, der gerne am letzten Wochenende Hechte gefangen hätte, aber keine gefangen hat. Am Wochenende war nämlich die Predator-Tour in Holland und unser geschätzter Kollege Birger Doma ist heute bei uns zu Gast. Hi Birger. Hallo. Hallo Birger. Also Thomas, das Problem mit den Hechten kenne ich. Die sind ja meistens eine Plage, ne? Eigentlich, wenn man sie nicht fangen will, dann, ne? Genau. Aber wenn. Ja, Birger, besten Dank, dass du dabei bist, denn so ganz einfach ist es für dich wahrscheinlich nicht, denn ihr seid, der Herbert Zia ist und du, ihr seid 100. geworden von 104 Teams. Genau, also Tabellenkeller, Nullpunkte bei der Predator-Tour, einfach mal komplett gelost, genau. Und jetzt können wir hier das kolossale Scheitern einmal analysieren, ja, genau. Das machen wir auch schonungslos. Du meinst, du meinst Nullpunkte, das heißt also, ihr habt keine Hechte gefangen? Ja. Ja, also vielleicht ganz kurz zu den Regularien der Predator-Tour, man hat drei Tage Zeit, neun Fische zu fangen, drei Hechte, drei Zander, drei Barsche, aber es geht auch der Reihe nach in der Bepunktung, das heißt, die Hechte zählen als erstes und danach erst die Zander und danach erst die Barsche. So wie in unserem Fall hat man also Hecht, Barsche und Zander gefangen, die haben wir, zählen die noch nichts, solange man nicht diese drei Hechte voll hat. Und ihr habt gar keinen Hecht erwischt? Richtig. Und die Hechte haben aber gebissen, weil wenn ich das Reglement hier oder das Scoreboard mal anschaue, gehört ihr zum Lustenkreis der vier Teams, die keinen Hecht gefangen haben. Ja, genau. Ganz genau so ist es gelaufen, ja. Also 100 Teams haben Hechte gefangen, also man konnte sich schon fangen, ja? Man konnte Hechte fangen, also ja, das hatte ich mir jetzt auch anders vorgestellt. Wir hatten den Podcast ja schon lange jetzt vor geplant, dass wir nach der Predator-Tour hier also diesen Podcast machen, ich hier also neben dem Pokal sitze und dann mal erzähle, wie man so ein Ding gewinnt. Aber jetzt mache ich mal gerade erstmal den Politiker, man muss natürlich auch sehen, wir haben also wirklich jetzt wirklich drei schöne Barsche gefangen, ein 40er Schnitt als Barsch, tolle Leistung auch, hatten wir noch nie, das war so unser bester Barschnitt, den wir bisher erwirtschaftet haben. Wir haben auch tolle Zander gefangen, jeden Tag mehrere, nur ein 60 plus Zander-Schnitt, auch in Ordnung, nicht super gut, aber auch in Ordnung. Leider endet dann die Erzählung, weil wir haben Hechte gefangen. Ich habe das ja auch am Wochenende fleißig verfolgt und dachte dann nur, oh Gott, die müssen doch jetzt auch ihre Hechte fangen, wie taucht Birger sonst hier auf? Ja. Aber nichtsdestotrotz, es war ein bisschen bitter, das Abschneiden. Seid ihr immer noch niedergeschlagen? Ja, jetzt geht es eigentlich. Ne, es geht schon. Also ganz ehrlich, ich bin schon ehrgeizig, sonst würde ich so ein Turnier nicht mitmachen, Herbert genauso. Man fischt nicht so ein Turnier mit, um die Natur zu genießen, ja, das ist eher zweitrangig bei so einer Sache. Da möchte man natürlich schon sich da mit anderen messen und wenn man dann im kompletten Tabellenkeller versinkt, ist es einfach extrem bitter. Ja, also das ist jetzt wirklich, da beißt die Maus hier keinen Faden ab. Von daher am letzten Tag nach so Turnierabpfiff, dann ist man schon so ein bisschen am Boden. Das ist tatsächlich so. Ja. Warum habt ihr keine Hechte gefangen? Hast du schon das ganze Wochenende analysiert und eine Lösung? Ja, also ich muss ehrlich sagen, unterm Strich, ich weiß es nicht. Du weißt es nicht. Ich kann das nicht ganz konkret beziffern. Es gibt natürlich da ganz viele Theorien, aber unterm Strich muss ich ehrlich sagen, wenn ich das lösche und nochmal machen sollte, ich würde wahrscheinlich das gleiche wieder machen. Weil ich kenne das Haringfliet und Hollandsdieb, da wo diese Tour ja stattfindet, eigentlich, was heißt gut, aber ich kenne das Wasser schon. Ich kenne da gute Hechtplätze. Wir haben ja auch im letzten Jahr da sehr gut abgeschnitten eigentlich mit Platz 6. Also wir haben da jetzt nicht viel anders gemacht als letztes Mal und es ist normalerweise, ich sage mal normalerweise kein großes Problem, da überhaupt Hechte zu fangen. Ein Großhecht ist immer ein Problem, das wollen alle, aber überhaupt etwas zu fangen ist jetzt nicht so schwierig. Vielleicht fangen wir mal vorne an. Also wir haben ja auch ein bisschen zumindest trainiert. Also wir sind zwei Tage vorher angereist und haben also schon mal zwei Tage gefischt. Die waren auch relativ durchwachsen, die zwei Tage. Garstiges Wetter mit viel Wind, viel Regen, Ausfallmomente und alles konnten wir nicht machen. Aber am Dienstag oder Mittwoch, ich weiß gar nicht mehr, einen Tag vor der Challenge, habe ich dann irgendwann mal gesagt zu Herbert, komm, wir haben jetzt einiges ausprobiert. Lief sehr verkorkst, war nicht so gut. Also Freiwasserangeln war irgendwie Mist. Wir haben zwei Meter Welle, Freiwasserangeln, wer das Echolotangeln kennt, das sogenannte Scopen mit dem Panoptics, der weiß, da braucht man ein bisschen ruhige Bedingungen dafür. Es klappt das nicht gut. Und im Fluss war auch irgendwie nicht gut. Also dieses Jahr durften wir auch im Fluss angeln. Das haben wir einen Tag probiert. Da waren aber schon irgendwie 40 oder 50 Boote unterwegs, haben alle Buden abgeklappert. Da dachte ich auch so, na, die Flüsse so die beste Alternative sind, das lassen wir mal lieber. Und da meinte ich so am letzten Tag, bevor es losgeht, komm, wir gehen nochmal in ein Krautfeld, was wir dann am ersten Wettkampftag gleich beangeln werden. Und gucken mal, ob Hechte da sind und nur, dass man mal ein gutes Gefühl hat zum Angeln. Wir sind da rein, haben eine Drift angesetzt von vielleicht 200 Metern. Das Krautfeld ist so Kilometer, anderthalb Kilometer lang, also relativ großer Platz auch. Kann man da so bequem drauf rumdriften. Hatten nach, was nicht, einer halben Stunde vier Hechte, zwei Zander. Das ist einfach wie verrückt, muss man mal sagen. Also war gut. Haben wir natürlich direkt den Platz in Ruhe gelassen und gesagt, nee, den sparen wir uns für morgen, ist in Ordnung. Da ist noch genug Platz übrig, da stehen viele Fische, das ist in Ordnung. So fahren wir woanders hin. Woanders hingefahren, sofort wieder zwei Hechte gefangen. Okay, die Hechte sind heute scharf, das ist klar, die beißen heute gut, aber kein Problem, wir haben Spots, wo man Hechte fängt. Also seit ihr guten Mutes komplett in der Wettkampfe startet. Ganz genau. Start direkt los, da auf den Hechtspot durchgangelt. Wir können ja einfach mal so die Tage chronologisch durchgehen. Also wir haben jetzt gehört, ihr habt gut trainiert, habt noch gut gefangen. Startet guten Mutes und jetzt ist Donnerstagmorgen der Wettkampf beginnt. Wann geht's los? So, 8 Uhr geht's los. Also dieses Jahr ist ja, weil es ja verschoben wurde, von Juni auf Oktober durch Corona auch, eineinhalb Jahre verschoben nach hinten. Ist im Oktober also so, dass man dann um 8 Uhr, startet man immer, aber im Oktober ist um 8 Uhr gerade so hell. Also das ist alles, was sonst im Juni so schön morgens am Steg im Hellen noch stattfindet, weil jetzt, man ist ungefähr so, kann man sagen, so gegen 6 Uhr ist man dann am Bootssteg. Dann braucht man da ein bisschen Vorbereitungszeit, muss eine Bootskontrolle machen und so weiter und so weiter. Das dauert ja bei der Menge Boote auch eine Weile. Was heißt eine Bootskontrolle? Ja, da kommt jemand und schaut in dein Boot rein, hast du alle Sicherheitsbestimmungen erfüllt, also Schwimmweste, Feuerlöscher, hast du etwas am Boot, was du nicht haben darfst? Fische gelagert. Lebende Köderfische oder auch tote Hechte oder was auch immer, alles, was einem so weiterhilft in so einem Turnier. Das wird alles einmal geprüft, dass du da also keinen Unsinn an Bord hast und dann kannst du rausfahren. Also von da ab, wenn die Bootskontrolle stattgefunden hat, darfst du auch nicht mehr an Land oder an den Steg oder sonst was. Um also nochmal... Also soll man vorher auf Toilette gehen? Ja. Gut, für einen Mann kannst du ja über Bord dann auch diverse Dinge erledigen, aber ja. Es gab als Gäste. Ja, also das ist so. Es gab ja auch weibliche Starterinnen. Ja, genau. Ja, die haben eine Lösung, glaube ich. Auf jeden Fall ist das dann so, dann geht es langsam los. Dieses Jahr war es also neu. Das hat jetzt unseren ersten Angeltag auch ein bisschen, zumindest am Anfang, beeinflusst. War neu. Weil ursprünglich 150 Teams angesagt waren, wollte der E-Fahrt, der Veranstalter, nicht alle 150 Boote gleichzeitig starten lassen, so wie in der Vergangenheit, weil das gibt schon ein relativ großes Chaos, wenn so viele Boote auf einmal einen Gashebel auf den Tisch legen. Es sind ja auch große Boote dabei. So, das heißt, er hat diesmal drei Starterfelder gemacht. Ja, das heißt, die ersten 50 vom letzten Jahr durften als erstes starten mit fünf oder zehn Minuten Versatz, dann die zweiten 50 und dann die dritten 50. So war es dieses Jahr. Und das rotiert dann im Tages, das heißt, jeder hat mal die Startposition eins oder auch mal die Startposition drei. Und dann werden die Hebel auf den Tisch gelegt. Genau. Faire Sache also. Aber es starten immer nur 50 Boote auf einmal. Wir waren jetzt im Starterfeld eins. Also am ersten Tag im ersten Starterfeld, weil wir letztes Jahr ja den sechsten Platz gemacht haben. Und dann durften wir also als erstes los. Und hatten aber dieses Jahr ein relativ langsames Boot. Also konnten wir sagen mal so 40 kmh fahren, grob. Wir sind auch drei Leute an Bord mit Kameramann. Was ist das denn genau für ein Boot gewesen? Ein Crestliner, also von Herberts Kumpel ist das ein Boot gewesen. Ich habe ja gar kein gängiges, großes Boot für so eine Challenge von Herbert auch nicht. Also wir haben uns da eins von Herberts Kumpel, hat ihm einfach eins gegeben. Die Bayern haben alles. Die organisieren alles. Die helfen sich. Das ist alles gar kein Problem. Wie stark motorisiert? 40 PS hatten wir da dran. Okay. Im Vergleich zu anderen Speedbooten da? Ja, untere Grenze insgesamt. Okay. Also ich glaube unter 30 ist da keiner. Also den Start gewinnt ihr damit nicht? Den Start verlieren wir so oder so. Das heißt, wir verlieren auch das Rennen bis zum Haringflied. Die meisten fahren am ersten Tag im Hollandsdieb, also unteres Teil Hollandsdieb oder Haringflied zum Hechteangeln in die Krautfelder rein. Dieses Rennen verlieren wir so oder so. Gegen die ganzen 300 PS Nitro-Boote sind wir da raus. Die fahren 120 kmh auf dem Wasser, da bist du raus. Selbst die dritte Startergruppe ist vor uns am Angelplatz. Das spielt gar keine Rolle für uns, ob wir da als erstes Gas hier auf dem Tisch legen oder nicht. Deswegen haben wir als erstes einen Barschplatz angefahren. Da haben wir zehn Minuten gefischt. Das heißt, wir sind einmal, das ist nur gerade rüber vom Startpunkt aus. Das sind nur so fünf Minuten Fahrt. Und da hat Herbert, oder wir haben da so eine kleine Rinne, die da läuft. Und da sind manchmal oder oft sind da einzelne große Barsche. Und da hat Herbert vor zwei Wochen erst einen 50er Barsch gefangen. Und dann haben wir gesagt, den Spot kommen wir nicht mehr. Weil wenn wir erstmal 40 km Strom abfahren, kommen wir an dem Tag da nicht mehr hin. Das heißt, wenn wir den angeln wollen, müssen wir es sofort machen. Und da bot sich jetzt der erste Tag an, weil wir da auch in der ersten Startergruppe waren. Das ist ja klar. So, und das haben wir auch gemacht. Sind wir da drauf gefahren. Haben da ein paar Zander gefangen, wie immer. Also, die Zander beißen ja immer wie verrückt, ne, da in diesem Revier. Das ist ja alles kein Problem. Hatten dann keinen Barsch. Das war aber nicht schlimm. Da haben wir zehn Minuten Zeit verloren oder so. Und sind dann runter zum Haringfield-Hechte-Angeln, ne. Also, von dem ganzen Tag haben wir da die, also, vielleicht waren es 20 Minuten, haben wir da mal, ich glaube, da haben wir direkt drei Zander gefangen, voll gemacht. Genau, das hatte ich auch verfolgt am Scoreboard, dass sie ja direkt drei Zander gefangen. Da habe ich nur gefragt, warum angeln sie jetzt oft Zander? Aber das ist ja da in dem Gewässer so, dass man die... Die beißen fast überall. Ja, das ist, das klingt immer blöd, weil viele Leute haben ja, also, gerade wenn man in Deutschland angelt, ein Problem, Zander zu fangen oder es ist eben kompliziert. Man muss ja in gewisse Beißzeiten, Gewässerspots und so, damit man überhaupt mal einen fängt. Im Hollandsdieb ist das so, das Hollandsdieb darf man als Zander verseucht betiteln. Wenn man da angelt, in der Dämmerung, und das war ja nun morgens gerade Dämmerung, da kann man eigentlich fast nichts machen, um keinen Zander zu fangen. Da schmeißt du einen Jigspinner rein, in eineinhalb Meter Wassertiefe hängt ein Zander dran. Ja, da kannst du mittags, das haben wir ja dann den Turnierverlauf auch, also da kamen bei uns ja immer mal wieder Zander dann zum Vorschein im Scoreboard. Da kannst du einen Hechtwobbler irgendwo ins Kraut schmeißen, in eineinhalb Meter Tiefe bei strahlendem Sonnenschein, da kommt ein Zander da raus und geht da drauf. Wie ist das eigentlich bei dem Scoreboard? Verfolgt ihr beim Angeln selbst auch, was die anderen Teams gefangen haben oder hat man dazu keine Zeit oder auch man macht das bewusst nicht? Also ich mache das eher weniger und angel relativ straight durch, nehme das Handy also nur aus der Tasche, wenn wir einen Fisch fangen. Herbert macht das relativ viel, also der hat da immer das Handy am Mann, hat natürlich auch seine ganze Connection, also sein Bruder oder andere Kumpels von ihm, die ihn dann mal zwischendurch anrufen oder mal Fänge durchgeben oder sowas, ne, das, also der weiß dann immer schon ganz gut Bescheid und sagt das auch. Also von Herbert angeln auch ein paar Kumpels bei der Competition mit? Ja. Ja. Dann hat er ein ganz gutes Netzwerk. Das ist ein gutes Netzwerk, das ist manchmal auch sehr hilfreich, ja. Kann auch stören, weil du kriegst viele Einflussfaktoren, die du nicht unbedingt hören willst, du willst ja deinen Plan durchziehen und machen. Und das ist dann nervig, wenn du gerade im Krautfeld driftest und da sagt dir einer, neun Metern hat er gerade einen Hecht gefangen an der Kante tief, so. Und der Nächste sagt, ja, wir haben gerade im Fluss einen Hecht gefangen auf einem Steinhaufen und du bist da irgendwo auf einem Sandplateau mit Kraut, so, und denkst so, jo, okay, aber alles Dinge, die wir nicht jetzt gerade machen und die wir jetzt auch nicht machen können, weil es ist eine Stunde Bootsfahrt bis dahin und eigentlich ist es auch Quatsch, das einfach nur nachzumachen, was andere gemacht haben. Man muss ja eh mal so ein bisschen seinen Plan verfolgen, so, ne, das ist ja ganz wichtig, ja. Du erwähntest gerade schon wieder ein Krautfeld, jetzt wollen wir natürlich wissen, was war mit eurem Hecht Krautfeld. Ja, genau, also wir sind da drauf gefahren dann nach, fahren wir, glaube ich, 45 Minuten ungefähr hin, vielleicht auch 50, bis wir da sind. Besten Mut ist natürlich da die Köder ausgeschmissen und durchgedriftet. Erster Biss, super Einschlag, geil, Fisch dran, Kescher, jo, Zander, immer Zander, aber kein Problem. Die ersten zwei, drei Stunden angelt man mit vollstem Vertrauen, weil wir wissen eigentlich, dass die Hechte in dem Revier oft mittags gut beißen. Also so zwischen elf und zwei ist eine sehr gute Hechtbeißzeit, das heißt, frühmorgens verpasst man noch nicht so richtig was. Also da weiß man eigentlich, man weiß so um zehn oder was, halb elf ist man dann da, wir hatten ja erst noch Barschkangel, dann lange Fahrt. Und das ist okay von der Zeit her, also kein Problem so, ne, bis 15 Uhr, da ist dann eine gute Hechtbeißzeit eigentlich. Und die verrimmt dann so nach und nach, ja, man driftet da drüber und drüber und drüber. Dann gibt es mal einen Fehlbiss, also nicht so, dass wir keine Bisse hätten, dann gibt es mal so einen Anstupser, dann hast du da diese Hechtschlitze im Gummifisch oder auf deinem Köder, dann schiebt mal einer das Spinnerblatt zur Seite, aber nichts Verwertbares, kein Fisch an der Angeln, nichts, ne, so richtig, ja, nichts, ne. Was macht ihr in solchen Situationen? Wechselt ihr so viele Köder wie möglich durch, angelt möglichst unterschiedlich oder vertraut ihr einem Köder? Also am ersten Tag nicht, ich habe jetzt zwei Köder über Wien geangelt, ich hatte, wir haben ja neu die Hechtgranate, damit hatte ich am Tag vorher zwei Hechte, deswegen habe ich den erstmal drauf gelassen, so Köder mit einem großen Spinnerblatt und habe den Hechtkaiser geangelt, da hatten wir auch zwei Hechte drauf, der war sehr gut in Motorel, da war das Wasser sehr klar, also ich habe die zwei, so im Prinzip Hardbaits durchgefischt und Herbert hat direkt all in gefischt, zwei Köder im Wechsel, es gibt einen Gummifisch, der heißt Herbert, also so ein 30 Zentimeter langen Riesengummifisch aus weichmacherfreiem Plastik, also von Mobi Softbaits glaube ich ist das Ding, den hat er dann aufgeriggt, also ein richtiger Kofferköder, sagte, damit fange ich einen großen Hecht hier, einen Meterhecht, kein Problem, das ist jetzt so der Bait und diese Muras Maus, da hat er auch sich einen von besorgt, den Tag davor hat er diese Maus in rot, zehn Würfel kamen direkt einen Meterzehnhecht hinterher, bis vor das Boden, den habe ich gesehen und ist abgedreht, auf diesem Spot auch, den haben wir natürlich dann abgedrückt, da steht der große Hecht, direkt weggefahren dann auch, den gar nicht nochmal angeschmissen, sagt, das ist okay, mach du gleich auf den Großhecht und dann mache ich sozusagen so ein bisschen Kompromissköder, also in diesem Gewässer muss man sagen, so eine Hechtgranate mit einem Fünfer Spinnerblatt ist in dem Wasser auch noch ein Barschköder, da kannst du einen 45er Barsch drauf fangen und ein Hechtkaiser mit 16 Zentimeter oder irgendwelche Wobble in der Größe auch, also sowohl Zander als auch Barsche, die fängt man damit, wenn man damit im Kraut angelt, würde am Lachersee nicht gehen, da geht das aber, das heißt, ich hatte so mehr den Part, Bisse generieren, viele Fische fangen, ihnen durch die Bank weg, alle möglichen Fische, wir hatten ja noch alles offen und Herbert hat eher direkt auf einen Großhecht geworfen. Hat der Herbert auch seine Köder überhaupt Bisse bekommen? Ja, und der Witz war, am Ende des Tages ist das tatsächlich so gewesen, Herbert hat eigentlich den einzigen verwertbaren Biss bekommen auf seinen großen 30 Zentimeter Gummifisch, da war tatsächlich mal ein richtiger Einschlag von dem Hecht, der hing dann nicht, aber der war drauf und das war eigentlich die einzige Aktion, was Hecht angeht, wie wir den Tag hatten. Also wir haben insgesamt drei Krautfelder geangelt, also nicht zu viele, aber die dann relativ intensiv, weil wir auch wissen, die Beißzeiten sind meistens so um die Mittagszeit, hat sich dann auch gezeigt in der Tabelle, da kamen dann auch die Hechte rein. Auch abends haben wir ja die Infos bekommen von welchen, die gut gefangen haben, die haben alle so um, so zwischen elf und eins haben sie die gefangen, also das typische Verhalten da eigentlich. Und was macht man dann, um vier Uhr ist, glaube ich, Abpfiff an dem Tag, oder? So, vier Uhr ist, ihr habt keinen Hecht gefangen, sagt dann wahrscheinlich noch so, ach ja, haben ja die Zander zumindest und hat heute nicht so gut gebissen, dann seht ihr natürlich, andere Teams haben Hechte gefangen. Ja. Fängt man da schon an zu zweifeln oder möchte man dann seine Taktik ändern oder ist man dann, sag mal, noch im grünen Bereich, sagt so, ach ja, das ist auch ein bisschen Angeln, mal gucken, wie es morgen ist. Genau, also für den zweiten Tag noch grüner Bereich, also auf jeden Fall. Wir haben eh eingeplant, zwei Tage in diesen Flachwassergebieten zu angeln und einen Tag haben wir uns dann optional offen gehalten für verschiedene Sachen, also je nachdem, manchmal fehlen dann auch noch die Barsche nach hinten raus oder ein Barsch, also noch fürs Barschangeln eingeplant eigentlich so. Wenn ich da mal kurz einhacken darf, ihr habt, wenn ich mich richtig erinnere, bei der Teilnahme im letzten Jahr, da habt ihr auch nur zum Schluss die Hechte gefangen, oder? Nee, da hatten wir die drei schon voll. Das ist der Plan für den letzten Tag gewesen. Wir hatten ja auch einen Live-Scope dabei, also sprich pelagisches Freiwasserangeln. Das kann man machen. Da hatten wir für dieses Jahr dann auch ein bisschen ausprobiert vorher, das hat Herbert auch schon viel gemacht, ich aber auch im Laufe des Jahres an anderen Gewässern allerdings, das Anwerfen von Freiwasserfischen mit dem Panoptics Live-Scope. Also du strahlst da nach vorne vor das Boot und dann siehst du einen Fisch im Freiwasser stehen und du fährst nicht mit dem Boot über ihn drüber und lässt den Köder runter, sondern du wirfst ihn schon an außen im Freiwasser. Das kannst du auf dem Gerät sehen, wo dein Köder dann eintaucht, wie tief der ist und so und siehst den Fischen herkommen. Hatten wir kurz ausprobiert, haben Fische gefunden, die auch reagiert haben nicht so gut, aber es waren welche da, es wäre eine Option gewesen. Aber das kannst du nur machen, wenn du wenig Wind hast, das hatten wir die ersten zwei Tage nicht, da waren vier, fünf Windstärken, da kannst du das nicht machen. Da hast du da zwei Meter Welle, dann schaukelt das Boot hoch und runter, das ist total unsinnig. Aber für den dritten Tag wäre das eine Option gewesen. Auf jeden Fall, da fängt man dann Zander, größere Schnittzander auf jeden Fall und eben, da sind auch große Hechte dabei. Das Problem bei dieser Angelei ist nur, du fängst dabei keine Barsche, das ist ausgeschlossen. Freiwasser, da sind keine Barsche und mit den großen Ködern sowieso nicht, das funktioniert. Das heißt, wenn du die Barsche noch nicht gefangen hast, in einer anständigen Größe, fällt diese Angelei eigentlich aus. Okay, wie ist das denn so, jetzt nochmal zurück zum Erster, gefahrt jetzt in den Hafen, habt nicht so gut abgeschnitten. Wie ist die Kommunikation mit den anderen Teams, was erfährt man von den anderen Teams? Man sieht ja wahrscheinlich auch irgendwelche Köder bei denen im Boot liegen oder? Das denkst du ja auch nur. Nee, nee, also die sind da alle professionell. Du siehst in den Booten einen Teppichboden und du siehst eben die großen Echolote und dann ist das auch schon erledigt. Also Team Trikos siehst du noch. Keine Köder an Bord? Siehst du keine. Da wird alles weggeräumt. Also es gibt vielleicht das ein oder andere Team, was dann neu in dieser Sache ist. Da liegen dann mal Köder rum oder es gibt ja auch so Messis. Also ein Boot habe ich gesehen, da lag glaube ich eine Tonne Gummifische irgendwie auf dem Teppich. Das hilft einem dann auch nicht viel weiter. Aber normalerweise siehst du gar nichts. Nicht mal mein Bierdöschen? Bei manchen siehst du nicht mal eine Angelrute. Selbst die werden unter Deck gepackt. Ach du Schande. Auch keine falschen Fährten, dass man irgendeinen komischen Köder dranhängt, dass jeder denkt, damit muss man angeln? Genau. Nee. Nee. Das ist verrückt. Null. Also verrät niemand irgendwas. Also wenn du dann Leute fragst, was sie gefangen haben, glaubst du denen das eigentlich? Ja, das kommt immer drauf an, wen du... Also wenn ich die Leute nicht so gut kenne, man kann mit jedem sprechen, das ist gute Stimmung, dann ist das, die sagen einem schon, was sie gefangen haben. Gut, steht ja auch im Leaderboard. Aber jeder hält sich natürlich ein bisschen zurück mit ganz konkreten Infos, wo. Also das ist das größte Geheimnis. Ja, wo habe ich geangelt? Äh, und auch Köder, also was, was, womit habe ich geangelt, ne? Und da wird sich schon zurückgehalten, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du hast ja gerade erwähnt, dass von Herbert auch ein paar bayerische Kollegen mitfischen und dann gibt es wahrscheinlich dann den großen Informationsaustausch am Abend. Das konspirative Treffen und die Planung für den nächsten Tag. Ja, genau, also dann haben wir das Hafenmeister, der hat da ein kleines Restaurant, da wird erstmal ein Steak geordert und ein paar Bier und dann wird sich erstmal unterhalten. Und du hast dann, da sind ja ein paar Leute, also Herberts Bruder hat ja auch mitgefischt, ne? Oder der Fabian und die, ja, das sind ja Freunde von Herbert, ne? Also da sagt man sich alles. Also aber in gleichermaßen, also wir haben denen auch Spots gegeben, wir brauchten dann noch Zander, das wäre jetzt kein Problem, haben wir denen auch noch Zander-Spots gegeben und so, das ist kein Problem, da tauscht man sich aus. Und Herberts Bruder und der Fabian haben die Hechte gefangen? Ja, die haben die Hechte gefangen, ja. Ne, am ersten, ich glaube, ein oder so, also das war auch nicht so prall. Also die hatten dann auch Hechte, aber nicht so viel, also auch die Karte nicht voll. Die haben beide, glaube ich, die Karte erst am letzten Tag voll gemacht. Okay, wie ist das eigentlich, Herbert und sein Bruder sind ja Zwillinge. Ja. Das ist doch wahrscheinlich auch ganz witzig, weil die da, die sehen ja auch wirklich komplett ähnlich aus. Ja. Ich habe die auch schon verwechselt. Na, ich bin der Martin. Ups, okay. Ja, mittlerweile kann ich das aber, glaube ich, ganz gut. Der Martin hat sich ein neues Boot gekauft, der hatte ein Nitro-Boot, der war auch immer vor uns am Spot. Der hatte ein größeres Boot als ihr? Ja, der war immer vor uns am Spot, auf jeden Fall. Ja, deshalb ist er auch vor euch gelandet. Ne, der hat ein bisschen einen anderen Plan gefahren, die haben viel im Fluss geangelt, in der Ama, da mag der gerne fischen und da haben die Hechte im Prinzip nebenbei teilweise beim Barschangeln gefangen. Das, was bei uns so ein bisschen fehlte, eigentlich kannst du ja, wenn du da drei Tage angelst, irgendwas, da kommt immer irgendwo so ein Hecht nebenbei, kannst du ja gar nicht von lösen, so, ne? Außer bei uns jetzt. Also da war sehr der Wurm drin. Habt ihr denn dann Informationen bekommen, die euch für den zweiten Tag weitergeholfen haben? Ähm, anscheinend ja nicht, ihr habt ja keine echte gefangen, ja. Aber habt ihr denn eure, aufgrund der neuen Informationen, eure Taktik geändert? Ne, auch nicht wirklich. Du bist ja erstmal noch... Wart ihr beratungsresistent? Ne, aber du hast ja da einen eigenen Plan und da haben wir erstmal Folgendes gemacht, wir haben also gesagt, okay, der erste Tag für uns war jetzt nicht gutes Beißen, also das ist ja eine alte Regel, ja, auf einen Beißtag folgt ein Scheißtag, das muss man einfach mal so sagen. Das heißt, wir haben im letzten Trainingstag, da waren die Hechte ratten scharf, zumindest auf unserem Platz, das war super, und im ersten Wettkampftag waren sie da total maulig. Da ist die Chance natürlich aber ganz gut, dass du am Tag darauf, dass die dann wieder beißen. Weil irgendwann müssen die wieder beißen, das ist ja so, ne, und die sind ja nicht weg. Also Hechte in so einem Krautfeld, die verschwinden, die sind, es ist ja keine Dorade, die da wild durch die Gegend schwimmt, so ein Hecht, der steht da eben und der ist halt da, ne. Ich finde solche Floskeln oder Anglerregeln ganz lustig, dass auf dem Beißtag ein Scheißtag folgt. Ist aber meistens so. Und was haben dann die Leute gesagt, die haben am ersten Tag gut gefangen, die haben gesagt, auf dem Beißtag folgt der Scheißtag. Ja, aber guck mal, die haben, also zum Beispiel der Andi Gutscher, der hat ja damals schon, glaube ich, ich meine, der hatte gleich drei Meter Hechte den ersten Tag, die haben richtig gut gefangen. Aber er sagte auch, also erstens, zähes angeln den ganzen Tag über, klingt jetzt blöd mit drei Meter Hechten, aber zäh, und die haben alle Bisse in 20 Minuten gehabt, auf einem Spot. Das war so großen Hecht drauf, abgelockt, so sollen wir jetzt wegfahren und später wiederkommen, ach nee, ich mache noch einen Wurf, baff, gleich der nächste große drauf. Und die standen alle in so einem kleinen, so einem kleinen Stück von 50 Metern, haben die die Hechte gefangen, in 20 Minuten, Schluss. Für den Rest des Tages keine Bisse mehr. Und das haben mir ganz viele berichtet, dass das jetzt so ein bisschen der Kern war im Oktober. Oft standen die Hechte sehr konzentriert auf ganz kleinem Fleck und haben nur ganz kurz gebissen. Und den Rest, teilweise sechs, sieben Stunden, null Bisse. Und das ist natürlich, wenn du in dem Moment Boot fährst, wenn du in dem Moment gerade schlechtes Vertrauen in den hast, was du tust, oder gerade die Trift falsch ansetzt, oder, 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 dann hast du diese 20 Minuten nicht. Und dann hast du eben nicht den einen guten Moment und sechs Stunden Leerzeit, sondern hast du einfach den ganzen Tag Leerzeit. Wie kann ich mir das überhaupt vorstellen? Ihr seid ja zu zweit an Bord. Wie legt man zusammen eine Taktik fest? Das kann ja auch sein, dass der Herbert gerade ganz andere Vorstellungen als du hast. Oder ergänzt man sich da? Oder wie ist das bei euch im Team? Also, das ist eigentlich relativ gut bei uns im Team. Wir besprechen die Sachen natürlich am Abend vorher oder auch die Tage vorher schon immer mal wieder so. Herbert war ja jetzt zum Beispiel, hatte YPC Boat mitgeangelt. Das war irgendwie zwei Wochen vorher in demselben Revier. Also, er hatte sozusagen die kürzlichsten Infos über diese ganze, über das Revier, wie es so beißt. Und das nimmt man natürlich gerne mit, solche Infos. Und dann legen wir uns einfach auf den Plan fest. Herbert ist jemand, der legt sich da recht schnell fest. Wenn ich meine, was machen wir am ersten Tag? Sollen wir im Krautfeld driften und auf Hechte schmeißen? Ja, machen wir. Und das ziehen wir durch. Und fertig ist er damit. Okay. Und er sagt dann auch zwischendurch, weißt du was? Hast du hier ein schlechtes Gefühl? Willst du was anderes machen? Mach. Wenn du nicht richtig fischen kannst und meinst, das muss anders gehen, mach es anders. Mach einfach, ich fische mit. Er sagt immer, es bringt nichts, wenn zwei Leute denken, es reicht, wenn einer denkt. Das reicht, weil sonst kommt man nur durcheinander. Das bringt dann nichts. Also, Herbert angelt und du denkst. Also, ja, ich fahre das Boot und wähle so ein bisschen die Sports und wie wir die anfahren und so. Aber, weißt du ja, wenn man dann, also nach eineinhalb Tagen, ja, also skippen wir mal vor auf den zweiten Wettkampftag mittags, da hätte ich dann doch schon gern mal langsam den Hecht im Boot gesehen, wenn es da immer noch nicht läuft, dann ist natürlich manchmal so Rätselraten, hast du denn noch eine Idee, ne? Also, weil jetzt das, was ich bisher gemacht habe, war ja nichts so, ne? Kannst du nochmal machen jetzt. Und wie ist dann die Gefühlslage? Man kommt ja dann immer mehr, also der Optimismus schwindet und man kommt ja dann in diesen komischen Trott, wo man dann gar nichts mehr vertraut. Ja, also ich glaube, der Punkt, den hatte ich so am zweiten Tag, so, ich würde sagen, 13 Uhr sowas, 13, 14 Uhr würde ich sagen, ne? Da weißt du, die Hechtbeißzeit war gestern mittags da, Leute haben gefangen, diesen Tag auch, die war mittags da, jetzt ist schon so zwei Stunden durch, immer noch nichts gerissen, so, was machst du, ne? Was kannst du jetzt irgendwie ändern oder tun, irgendwas musst du tun, weil das, was du bisher getan hast, war nichts so, ne? Man könnte ja dann auch sagen, so, ach komm, ich brauche ein bisschen Motivation, lass mal Barsche angekommen. Ja, gut, am zweiten Tag, muss ich sagen, war die Ansage zuerst, das ganze Turnier war so ausgerechnet, also der E-Fahrt hat direkt morgens, dann gibt es ja morgens eine Sitzung, wo alle Teamcaptains zusammenkommen und dann sagt er, was Sache ist, es war sehr, sehr viel Wind angesagt für den Tag, aus einer Richtung, dass der Wind also komplett das ganze Haring-Fried-Hollands-Dieb hochpustete und gegen die Strömung läuft und dann hast du da zwei, drei Meter Welle. Das hat er gesagt, machen wir nicht. Ihr dürft die ersten zwei Stunden nur in der Ama und in der Meerwede fischen. Also, 100 Boote sind in den Fluss gefahren, das war auch erzwungen. Du musstest in den Fluss fahren zum Angeln, du durftest nicht ins Hollands-Dieb fahren, ja? Okay. Das war für uns jetzt, der Fluss ist so, okay, also ich kenne mich in der Meerwede ganz gut aus in den Brunnen, hätten wir vielleicht auch noch gemacht, haben wir dann am dritten Tag auch, aber wäre jetzt nicht so meine allererste Wahl, wenn ich noch ein Hecht brauche, ne? Das ist auch gut für Barsch und für Hecht, aber jetzt nicht so die ultrasichere Nummer, ne? So, und deswegen mussten wir da erstmal zwei Stunden sozusagen da dann Barsch anwenden. Also, wir haben eh erstmal die zwei Stunden Barsch anwenden, das war das Sinnvollste. Wir haben hier einen kleinen gefangen, haben wir wieder Zander gefangen ohne Ende. Das war übrigens ganz witzig, dann Herbert hatte eine Rinne, er hatte sich eine super Karte, Relief-Shading-Karten von der Björnings, kann ich nur empfehlen fürs Handy. Da war mitten im Hauptstrom der Arma eine Rinne, kleine, die war zehn Meter lang, einen Meter breit. Da lag vielleicht irgendein Objekt oder so vorn drin, weiß nicht, ein Wrack oder irgendein Stein oder so und dahinter hat sich eine kleine Rinne ausgespült, kannst du auf diesen Karten sehen. Die haben wir abgeankert, reingeschmissen, da stand es einfach knüppelvoll mit Zander, ne? Da hättest du 20 Zander fangen können, ja. Aber die brauchte die ja nicht. Ne, die Wochen vorher standen auch Barsche drin. Das ist ja immer so, weil du kommst immer Zander, ne? Ich bin da rein, Zander. Heute stehen da auch Hechte drin. Ne. Doch, jetzt, heute. Am nächsten Tag. Ehrlich, ja. Am nächsten Tag ist der Fabian, der brauchte noch Zander, hat aber gesagt, fahr zu dieser Rinne, da steht es einfach knüppeldeck, da fängst du sowieso zwei Zander ganz rein. Fabian fährt hin, erster Fisch, Hecht. Danke für den Tipp, Jungs. Aber wir hätten ihn ja, wir haben ihn ja nicht gefangen. Ich glaube, das war aber so der Wurm drin, ja. Von solchen Storys habe ich ohne Ende. Da war dann so ein Krautfeld, da ist so ein kleines Loch im Krautfeld drin, also da geht es nochmal so runter auf vier Meter, also so rundum, da hatten wir ja die Info, so da stehen Hechte, ne? Also Großhechte auch. Wir natürlich hingefahren, da geangelt. Nix, bei uns natürlich nix, ja, durchgedriftet gemacht. Fahren weg, kommt ein anderes Boot hinter uns. Das war unser Stegnachbar, ne? Da habe ich ihn nachmittags gefragt am Steg, und, hattet ihr was in dem Loch? Ja, da sind wir rein, erste Drift, 93er Hecht. Ach, das schon. Ja, bitte. Und das ging nur so, ja, also das ging nur so. Das war dauernd, also egal, Leute, die vor uns auf dem Spot waren, haben Hechte gefangen, Leute, die nach uns auf dem Spot waren, haben Hechte gefangen, nur wir haben keine gefangen. Also es war auch dann irgendwann vom Gefühl her, also zweiter Tag, sage ich ja, so 14 Uhr oder sowas, da merkte ich schon so, irgendwas ist hier, das Mojo ist ganz weg. Und dann fängst du an, und das fing dann an, letzte Stunde, am zweiten Tag, so die Nummer, Köderwechsel, in 5-Minuten-Takt, ne? Okay. Du spotst irgendwie kein Vertrauen, so, das ist geil, du schmeißt den Köder rein, kurbelst den an und denkst, oh nee, der ist ja scheiße, das geht gar nicht, wäre im nächsten so, ne? Dumm, weil auf den hast du schon so viele Hechte gefangen, machst ja am Ende eh nur noch das ran, womit du schon gefangen hast. Aber das ist Wahnsinn, da treibt es einen echt so ein bisschen in die Verzweiflung dann, auf jeden Fall. Dann ist wieder 16 Uhr, ihr fahrt den Hafen, wieder keine Hechte. Keine Hechte und, und das war euch das Problem? Habt ihr euch im Boot schon versteckt, dass man euch so nicht sieht? Beim Reinfahren, ja. Nee, aber man muss sagen, also die Stimmung ist gut, weil die Leute, die da mitmachen, die haben dafür Verständnis, die wissen, die sind alles Angler, alles gute Angler, die kennen solche Tage, jeder hat mal einmal so den totalen Scheiß am Arsch, ja, also wo du wirklich nichts auf die Kette kriegst, jeder kennt das, von daher hat auch jeder Verständnis dafür, ne? Aber vielleicht hat es auch jeder, der uns trifft, froh, dass wir auch schlecht sind, weil dann sind die anderen ja besser, ne? Wir sind ja gegeneinander. Ja. Und dann wieder konspiratives Treffen beim Hafenmeister in der Knappe. Ja, genau. Neue Tipps. Genau. Also, da haben wir gemerkt, was heißt Tipp, neue Tipps. Wir haben dann gemerkt, dann holt man sich Infos ein, genau das, wer hinter uns gefischt hat, hat gefangen, wer vor uns gefischt hat, hat gefangen, die Leute haben genau das gemacht, was wir gemacht haben, haben gefangen. Es gibt keine Erkenntnis, die mir jetzt sagte, du hast alles falsch gemacht, so, ja, gab's nicht. Das Blöde ist ja auch manchmal dabei, man erhofft dann so, ach, jetzt kriege ich den Tipp, der und der Köder ist der Beste, die und die Tiefe, aber oft kommt ja auch dann so ein Mischmasch raus, ach, der eine fängt auf Oberfläche, Köder, der andere am Grund. Und der Thomas hatte mal eine ganz witzige Sache, hat er mir vorhin mal erzählt, beim DRC. Da habt ihr doch auch mal so eine Statistik geführt bei so einem Treffen. Ja, wir haben mal, wir haben mal bei einem Treffen über drei Tage Fragebogen an alle Angler ausgeteilt, 30 Angler oder so, und da musste jeder, wo er gefangen hatte, die Tiefe und welche Farben und welche Köder, und dann haben wir am Ende ausgewertet, das Lustige war, es kam, jeder sagte dann, ach, die beißen nur flach und da und da, und dann haben wir die Fragenbögen ausgewertet und das Ergebnis war, die haben auf große Köder gebissen, auf kleine, flach, tief, auf bunte, auf Naturfarben, es gab überhaupt keinen roten Faden und so ist das meistens. Angler neigen aber dann oft dazu, sich so ein Aberglauben zu entwickeln. Die fangen einen Fisch mit einem Köder und dann heißt es, alle Hechte beißen auf diesen Ködern, aber da war kein roter Faden drin. Über drei Tage, alles war möglich beim Hechtangeln. Deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass solche Beratungen oder Treffen dann auch eher kontraproduktiv sind, weil man wird dann vielleicht eher verwirrt und denkt, ach... Genau. Erst saugst du auf, weil du ja etwas verzweifelt bist und möchtest gerne wissen, was machen die anderen anders und dann merkst du aber ganz schnell, irgendwann geht es dir auch auf die Nerven. Das ist ja oft gut gemeint, aber das ist dann so, es bringt einem nicht wirklich weiter. Also in dem Fall als Beispiel, da ging es um das Thema Hechteangeln. Der eine hat dann große, blau-weiße Gummifische ganz langsam im Kraut gekurbelt. Der nächste hat dann Spinnerbaits. Spinnerbaits. Der nächste hat dann kleine Wobbler ganz dicht im Kraut an der Steinpackung geangelt. Der nächste hat in Stimtschwärmen geangelt, pelagisch, da wo die Rapfen raubten, unten drunter im Freiwasser. Und das geht dann nur so weiter. Crankbaits im Fluss musst du angeln. Da haben wir alle Hechte drauf gefangen. Also im Prinzip jede Angeltechnik und jeder Köder, den man sich vorstellen kann, hat Hechte gefangen. Egal was. Und dann hast du am Ende, weißt du, so viel wie vorher. Aber so ist es ja auch. Weil ich denke mir immer, der eine Hecht weiß doch nicht, worauf der andere Hecht fünf Kilometer weiter gebissen hat. Jeder Hecht ist doch irgendwie auch anders. Also dass es da auf einmal morgens ein Treffen aller Hechte gibt und heute fressen wir nur Firetiger flach. Das gibt es doch nicht. Also das ist, also manche Angler, also ich glaube, es ist immer alles möglich oder oft alles möglich. Ja, also der Hauptpunkt, und das ist beim Angeln immer so, ist, glaube ich, dass man das, was man tut, mit vollstem Vertrauen macht und voll durchzieht. Du musst dabei ein gutes Gefühl haben. Du kannst eine hässliche Kröte von Köder dran haben, aber wenn du weißt, das Ding hier fängt mir heute den Fisch. Ja, Vertrauen ist alles. Das ist lieb, dann fischst du den auch besser. Und das ist, glaube ich, entscheidend. Also das andere, das ist viel schlimmer. Also dieses verwirrt sein und rum. Aber an dem Punkt waren wir schon. Und das ist dann schlecht. Also das ist einfach so. Wie gesagt, ich würde das... Aber manchmal, zum Beispiel zum vorletzten Jahr, glaube ich, da hatten wir auch so einen Krampf mit den Hechten. Da hat uns dann irgendwann jemand den Tipp gegeben, so Fox Pro Shed, Natural Perch und ihr müsst ihn schnell angeln. Macht da sieben Gramm Blei dran im Kraut, aber durchbürsten, schnell und dann pausen und so weiter. Wo ihr sagt, jo, echt jetzt? Na gut, mach mal in dem trüben Wasser. Und das war dann tatsächlich ein Durchbruch. Das haben wir am dritten Tag gemacht und hatten sofort mehrere Hechtkontakte. Dann haben wir den Tag noch fünf oder sechs Hechte gefangen, wo wir vorher zwei Tage lang gar keinen hatten. Also das war dann tatsächlich mal ein Tipp, eine Methode, die hat super funktioniert. Also das war wichtig auch. Aber dieses Jahr war da irgendwie nichts Gescheites dabei. Ich sage ja, Carolina Rick Krebs in neun Metern Tiefe. Ich sage, du weißt sowas, da hast du jetzt heute vielleicht neunziger drauf gefangen, aber sowas brauche ich da nicht reinschmeißen. Alleine dieses Gefühl zu sagen, ich brauche noch drei Hechte, ich gehe jetzt irgendwo auf neun Meter, man muss dazu sagen, das Gebiet ist auf 40 Kilometern Länge neun Meter tief, wo willst du da hinfahren und schmeißen Krebs am Carolina Rick rein mit einem Mono-Vorfach und fangen damit drei Hechte. Das ist absurd. Das sind so Tipps, die bringen einem gar nichts. Das ist zwar passiert und das ist auch okay, aber es ist für mich einfach nicht verwertbar. Wie sind denn die Teams, die jetzt zum Beispiel am zweiten Tag schon super gefangen haben, sind die dann auch besonders selbstbewusst in ihrem Auftreten oder sind das alles durchweg, sag mal so, Profis, da merkst du auch gar keine Emotionsregung? Tja, das ist schwer zu sagen, weil, also wir, dieses Jahr war es dann so, dass wir ja auch insgesamt relativ wenig Kontakt zu Anglern insgesamt hatten, also morgens war es eben so, der ganze Bootsteg, alles findet im Dunkeln statt, ja, da kennst du schon kaum jemanden und alle tütteln so in ihren Booten rum, da war wenig Austausch dann und abends waren wir immer die Letzten, weil wir das langsamste Boot hatten, da war der Steg schon leer gefegt, da weißt du, die sind alle in ihren Hütten verschwunden und da hast du kaum jemanden gesehen, ne? Ich kann dir das gar nicht sagen, wie Leute da auftreten, wenn die dann vorne liegen, also ich gehe mal davon aus, es geht denen sehr gut, ja, haben sie auch gut gemacht dann, gut gefischt, aber, ja gut, ein paar von Herberts Kumpels saßen ja am Tisch, aber der Handi mit seinen drei Meter Hütten, der hat sich da schon noch ein Eis mit Sahne gegönnt am Abend, aber das hat er genossen, das ist ja klar, aber sei es ihm gegönnt, sie haben es ja auch gut gemacht, also das war auch eindeutig, du merkst auch, die haben ein anderes Feeling und sie haben es besser gemacht als wir, ne? Wie ist das denn überhaupt, als ich das Teil im Feld mir mal angeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass diesmal weniger, in Anführungsstrichen, Angelprobis dabei sind? Ja. Also ich kannte viele Namen gar nicht und woran liegt das, oder? Ja, es waren ja für die Predator-Tour zunächst einige große Namen dann auch drin, ne? Also das war ja für 2020 Sommer waren die erst drin und die sind jetzt nach und nach alle rausgegangen. Ich glaube, das lag in diesem Jahr daran, dass A schon ganz viele Turniere stattgefunden haben, also Hecht und Barsch hat natürlich mit der YPC Boat da vorher ein paar abgegriffen, dann waren die Lure Masters vorher, der WPC hat stattgefunden im Sommer, alles in diesem Revier, alles so Turniere und das frisst natürlich dann am Ende alles unheimlich viel Zeit, ne? Dann, da haben die Leute wahrscheinlich gesagt, ich nehme mal, was gerade verfügbar ist und melde mich da an oder da an im Sommer und dann hast du ja auch keinen Bedarf mehr, ne? Und dann gibt es ja diese Entwicklung, die meisten namhaften Angler, die haben ja auch was zu verkaufen, um es mal ganz deutlich zu sagen, also stehen ja für irgendein Team, für eine Angelmarke und dann nimmst du natürlich lieber ein Turnier, wo auch gefilmt wird und hinterher eine Ausstrahlung auf YouTube stattfindet. Sprich YPC, Hecht und Barsch, die machen da Filme draus, da kannst du dich auch präsentieren, weil letztlich, wenn du bei der Predator-Tour den ersten Platz gewinnst, stehst du zwar auf der Bühne mit einem Pokal in der Hand, aber da weiß ja kein Mensch, wie, wo, wann, was hast du gemacht, ne? Du hast zwar einen Pokal, aber keiner kauft ja deswegen mehr Köder jetzt zum Beispiel von TFT, BFE, wie auch immer diese Teams alle heißen, weil die das ja sowieso nicht verraten, womit die gefangen haben, ne? Ja, spätestens dann wäre es ja interessant zu wissen für den Zuschauer, welche Köder die besten waren und aber man erfährt da wirklich wenig. Selten, ne? Selten, ja. Es ist nicht sehr geschäftstüchtig, das muss man mal sagen, aber es ist halt, wie es ist, ne? Angler sind da ja dann auch eigen, so, ja. Du sagtest ja gerade, man ist auf dem, also man sucht immer dieses gute Gefühl beim Mangeln. Ja. Ich habe jetzt zwei Tage gelost, sage ich mal so hart. Der Flow, ja. Ihr sucht den Flow und das Gefühl startet in den dritten Tag. Ja. Angler sind ja so Zweckoptimisten, das kennt ja jeder, drei Tage nichts gefangen oder zwei wie bei euch. Morgens sieht die Welt schon wieder ganz anders aus und man denkt, ach, heute könnte es klappen und dann nach einer Stunde ist schon wieder, oh, das wird nix. Ähm, also dritter Tag war dann bei uns die Entscheidung, entweder, war wenig Wind angesagt, so, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen jetzt pelagisch hangeln, scopen, hatten wir alles bei, wussten auch, wo Fische sind. Ähm, dabei drei Hechte zu fangen ist nicht mehr so ganz einfach, weil die Hechte als, bei dieser Technik als erstes sozusagen vernagelt sind, ja. Das haben jetzt in der Vergangenheit und im Sommer, also die ganzen Saison durch schon viele Leute da gemacht. Wir haben auch viele im Training gesehen, die da im Freiwasser rumgefahren sind und die Hechte oder überhaupt Zanderhechte, du fängst ja alles dabei. Das heißt, es wird auf jeden Fall schwierig, drei zu fangen, so, aber möglich und vor allem auch sehr große Fische. Aber uns fehlten ja auch noch zwei Barsche. Ohne die Barsche brauchst du drei Hechte schön, aber platzierst du dich am Ende dann sowieso auf ein 80 oder 90. Letztlich spielst du immer um die Full Card. Also so ist unser Plan gewesen, weil du musst alle Fische fangen, sonst platzierst du dich da gar nirgendswo. Und dafür war die bessere Option dann, fand ich jedenfalls, der Fluss. Also wir sind dann in die Meerweide gefahren, die kenne ich gut. Da haben wir ja erst unsere Goldene Ananas gefischt vor drei Wochen. Wann war das? Vier Wochen? Ja, stimmt. Da kann ich mich übrigens an einen Spruch erinnern von einem sehr guten Angler, der sagte dazu mir, ach, in der Meerweide fängt doch, glaube ich, jeder Vollidioten Hecht. Ich habe an dem Tag, als dieser Angler mir diesen Spruch gegeben hat, kein Hecht gefangen. Boah, ja. Jetzt kriege ich das um die Ohren gehauen. Ja, aber da muss man dazu sagen, also da... Du warst es mir gar nicht. Du hast es gesagt. Ich war's. Wir waren natürlich da im Flow. Wir haben sehr gut Hechte gefangen da. Da waren wir vom Ufer angeln. Ja, vier Buhen geangelt, drei große Hechte gefangen. Alles ist hier easy. Wenn du vom Boot aus 30 Buhen angelst, da kann es ja gar nicht passieren, dass du keine drei Hechte fängst. Du bist ja mit dem Boot viel schneller und von einem Buhenkopf zum nächsten. Hättet ihr zweistellig fangen müssen? Theoretisch ja. Aber ihr kamt nicht in den Flow rein. Wir kamen an, ganz hoch gebrezelt, Werkendamm, also ganz ans Ende der Schrecke. Zwei Angler auf der Buhne, zwei Angler auf der nächsten Buhne, ein Boot zwischen den Buhen. Die geilsten drei Buhen sind schon voll durchgehühnert hier. Trotzdem geangelt. War natürlich dann entsprechend, ja, Barsch haben wir gefangen. Okay, aber die brauchten wir ja nicht. Also brauchten wir auch. Das war ja schon mal in Ordnung. Aber ich hätte jetzt lieber erst mal ein Hecht gefangen. Da haben wir uns die Buhen so runtergearbeitet. Okay, die ersten fünf Buhen, das hat er sich dann gezeigt, die waren total platt geangelt. Da waren schon Uferangler und alles mögliche am Angeln. War auch ein Samstag, da ist natürlich mehr Betrieb da. Das ist für Hechte, also in der Buhen ist das ja so, da stehen die Hechte in diesem kleinen Loch hinter dem Buhenkopf im Moment. Da ist kein Kraut hinten drin oder wenig, nur in wenigen Buhen. In denen auf jeden Fall nicht. Und da stehen die da drin und der erste Wurf, der da reingeht, da ist der Hecht dann halt dran, wenn der scharf ist. Wenn da natürlich zwei Leute schon durchgeschickt haben, da ist die relativ klein die Chance, dass du da noch was fängst, weil der Hecht ist dann halt entweder schon gefangen oder mag nicht. Naja, aber das ist ja egal. Wir hatten ja das Brotvorteil. Das heißt, wir konnten ja weiter Strom abhangeln, haben dann also uns die Buhen durchgeklappert. Und da, dann hatten wir auch die drei Barsche voll. Also haben wir auch noch drei Vierziger Barsche am Ende dann gefangen. Auch die Hechtköder. Ja, so 14er pro scheint das Ballern in die Sicht einfach weg. Das ist denen egal. Da sind die Barsche total grob, was das angeht. Aber das war ja auch so ein bisschen der Plan, dass wir da beides machen können. Große Barsche plus Hechte, ne. Aber die Hechte natürlich mal wieder verschwunden. Also tatsächlich 30 Buden den ganzen Tag durchgefischt. Die Budenköpfe und auch dann in den größeren Buden die Krautfelder hinten drin. Und ich habe einen Hecht kurz dran gehabt. Ein einziges Mal hatte ich einen dran, das war's. Das ist natürlich sofort ausgestiegen nach dem Anlieb, ist ja klar. Alles klar, ja. Habt ihr nicht mal irgendwelche Storys so, ach, wir haben mit einem Hecht fünf Minuten gedrillt und dann ist der Wirbel aufgewogen? Gar nichts. Nee. Deswegen, also das ist jetzt auch so nach dem Motto, jeder hat ja so seine Storys, ne. Hätte, hätte, Fahrradkette. Ich glaube ganz ehrlich, wir waren auch ganz weit weg davon, drei Hechte zu fangen. Ihr wart ja einfach nur schlecht. Ja. Das sage ich jetzt so hart, aber das hättest du mir im Vorgespräch auch gesagt, dass ihr einfach schlecht geangelt habt. War eine unterirdische Leistung, das war schlecht gemacht. Das ist wahrscheinlich, also ich würde mal sagen, das ist so eine Doppel, so zwei Hauptgründe, würde ich mal so anführen. Also erstens, ich habe diesem Revier gar nicht geangelt dieses Jahr. Ich hatte einen Angeltag da, war ich mit Gregor mal fischen. Das war's. Also sonst war ich da gar nicht auf dem Haring-Fleet-Hollandsdieb. Und Herbert war, glaube ich, auch nicht so viel da. YPC Boat dann einmal. Er hatte wenigstens ein paar Infos. Und dann hat uns dieser Flow verlassen einfach. Also so am Mittags, zweiten Tag, war der irgendwie weg. Das habe ich auch gemerkt. Also das merkst du an dir selbst auch so, dass was ich hier tue, wird nichts. Das merkt man, aber man weiß auch nicht, wie man da rauskommt. Kennt jeder Angler, glaube ich. Das hat man auch manchmal, wenn du im Boot angelst, dein Nachbar fängt, fünf, sechs Zander in Folge und du fängst keinen Fisch. Und du stehst ja neben dem mit dem selben Köder auf dem selben Spot und du fängst nichts. Und das war diesmal nur, waren wir beide dieser Angler, der nichts fängt. Man konnte ja euch auch nicht mehr motivieren, so richtig zu machen. Also ich fand im Fluss, da habe ich dann tatsächlich, Sebastian war ja unser Kameramann und diese Buhen, als ich da auch vorher gut gefangen hatte, ich hatte da echt ein gutes Gefühl dann wieder. Da kam wieder so ein bisschen, also bei mir so Gefühl zurück. Da war wieder dieses, ey, wenn ich das jetzt hier durchziehe, also drei Hechte wird jetzt eh knapp, aber ich fange hier ein Hecht. Ich wollte dann einfach irgendwann nur noch ein Hecht fangen. Ich habe ihm das auch gesagt. Ich habe ein gutes Gefühl, wenn wir jetzt weitermachen. Ich habe echt, das könnte klappen hier. Ich weiß nicht. Irgendwie der Köder, das passt gerade alles. Und wirklich eine Viertelstunde später habe ich ein Hecht dran. Ja. Das war so ein Moment, wo ich auch dachte, das passt alles, das ist okay. Und ich hatte dann tatsächlich einen dran, ja. Also wirklich ganz kurz drauf und der ist dann ab. Das war Pech, aber ja, für mehr hat es da nicht gereicht. Aber da sieht man wieder dieses Gefühl, das muss da sein, ja. Sonst ist das nichts. Also sonst kann das nicht klappen. Das könnte man ja so schöne Floskeln aufbringen, so das ist Angeln. Und nicht jeder Tag ist Fangtag. Und Angeln hat auch was mit Glück zu tun. Hat Angeln auch was mit Glück zu tun? Viel. Das glaube ich auch, ja. Das Großteil ist Glück, ja. Das ist so. Man meint zwar immer, dass es können, aber wenn man kein Glück hat, man sieht es ja. Ihr beide könnt ja Hecht angeln. Ihr habt gute Köder, ihr habt gutes Gerät, ihr kennt das Gewässer. Und wenn halt Pech da ist, dann ist Pech da. Da machst du nichts. Das sieht man dann halt wieder. Jeder kennt das. Da sitzt man neben einem und stimmt auf Rotaugen. Der andere fängt 100 Rotaugen direkt neben einem und man macht genau das Gleiche und kriegt nicht einen Biss. Das ist alles nur Zufall. Das ist alles reiner Zufall. Aber es gibt es halt. Das gibt es halt. Es gibt auch Leute, die gewinnen dreimal hintereinander im Lotto. Das gibt es. Und manche nie. Wer das also vielleicht, das ihr auch kennt, der geht mit einem guten Kumpel angeln. Er macht ja immer so seinen Kumpel, mit dem man angeln geht, wo man die meiste Zeit verbringt, so zu zweit. Und da variiert das ja. Man fängt ja nie gleich viel. Es ist ja so, dass den einen Tag hat der eine die Nase ziemlich vorn und den anderen Tag der andere. Dann fängt einfach einer mehr als der andere. Das ist ja ganz normal. Das passiert. Und das gleicht sich meistens immer aus. Genau. Über so eine Woche gleicht sich das meistens aus. Genau. Oder auch übers Jahr. Da hat da immer mal einer so Phasen, wo der total so räumt. Aber dann, das kippt auch wieder. Also das ist ganz extrem teilweise. Da kann ich unendlich viele Beispiele dafür nennen, aber das ist so. Und nur bei dieser Challenge, du hast nur diese drei Tage. Also ich bin mir ganz sicher, da fahre ich morgen hin, in das Krautfeld, schmeiß da irgendeinen Köder rein, nehme ich sofort einen Hecht dran. Man müsste das Glück beeinflussen können. Das wäre doch mal was, anstatt Panoptix Echolot so irgendwie Glück beeinflussen. Ja, so. Und da kommen wir zu dem Thema, Thomas. Aber das ist gar nicht so dumm. Du kannst ja ein bisschen das Glück beeinflussen. Ich glaube, dass man ja mit Fleiß und auch mit dieser Technik durchaus Einfluss ausüben kann. Also wenn man sich sehr anstrengt, das was manche dann verbissen nennen, aber das ist halt so, ja, sehr verbissen da dran geht und mit dem Boot rumfährt, dafür brauchst du kein Gefühl, dafür brauchst du nur die Technik. Du leuchtest da unten so lange rum, bis du ein Hecht stehen siehst. Und den schmeißt du mit verschiedenen Ködern an. Und wenn er nicht beißt, dann nimmst du den nächsten und den nächsten und den nächsten. Das hat nichts mit deinem Angelgefühl zu tun. Pelagisches Angeln ist ein gefühlloses Angeln. Das ist so. Du fängst Fische in Momenten. Du technisiertes Angeln, ja. Ja, du fängst Fische in Momenten, wo du denkst, Alter, normal hätte ich hier jetzt irgendwie keinen Wurf gemacht. So Platte und Sonne und klar und auf einmal beißt 1,15 Meter. Es geht nur darum, du suchst einen Fisch und den schmeißt du an und dann, das machst du so oft, bis einer beißt. Da kann man das erzwingen. Wie ist das denn mit, wir reden ja gerade über Technik, kann man das Glück sich auch kaufen? Wie ist das mit den Riesenbooten, mit den Leuten, mit den Booten, wo mit drei Echoloten, haben die mehr Chancen, da einen guten Platz zu erreichen, als die Leute wie ihr mit einem kleineren Boot? Ja, also ich denke ja, das ist auf jeden Fall hilfreich. Also das zum einen, dann die Technik zu haben, ja, und die aber auch benutzen zu können. Das gehört ja auch noch ganz massiv dazu. Ich kenne viele, die haben große Echolote und Boote und wissen überhaupt nichts damit anzufangen. Die machen das alles an und dann ist das fertig. Aber das ist es ja nicht. Du musst das ja auch benutzen können. Also das ist ganz wichtig, dass du damit, und das ist total anstrengend. Also wer meint, man braucht nur so ein großes Boot und Echolote und dann läuft das von ganz alleine. Es gab einen totalen Holzweg. Das wäre wie sich in einem Formel-1-Auto zu setzen und mal eben drei Runden Nürburgring. Das geht garantiert in die Hose. Das überfordert einen total. Da macht man Dinge und man sieht ja so viel, kriegt so viel Input und das ist total komplizierte Technik. Das ist sehr anstrengend zu benutzen auch. In so einem Tag Panoptics, ob man umwirft oder pelagisch vertikal angelt, das ist unheimlich anstrengend. Unheimlich. Man sagt ja beim Fußball so, dass das Geld auch die Tore schießt. Und manchmal denke ich dann schon so beim Anglaub, dass Geld auch die Fische fängt. Weil du hast es ja auch gesagt, wenn ich jetzt ein großes, schnelles Boot habe, bin ich schnell an den Spots. Wenn ich jetzt die Technik habe und sie auch bedienen kann, habe ich ja auch unzweifelhaft Vorteile. Also diese Turniere, die professionalisieren sich ja. Das merkt man in den letzten Jahren ganz deutlich. Die ersten Jahre, die wir da mitgemacht haben, das waren dann überwiegend Holländer, die da gefischt haben. So ein bisschen vertikal geangelt und so hin und her und das Flachwassangeln auf Hecht. Das kannten die nicht. Das war so Wochenende, so eine Freizeitveranstaltung. Da mitten mal Teil und guck mal, was passiert. Jetzt ist das so. Tatsächlich fahren Leute schon das ganze Jahr über extra wegen diesen Challenges in dieses Revier zum Trainieren. Also ein hoher Aufwand. Der hohe Aufwand siehst du bei allen Teams, die den betrieben haben. Der zahlt sich auf jeden Fall aus, weil du kennst das Revier ja viel besser. Der kostet natürlich auch Geld. Wenn man sich vorstellt, man muss von, ich weiß nicht, wo man in Deutschland wohnt, mit so einem schweren Boot da erstmal bis zum Haringflit fahren. 400, 500 Kilometer. Da sich eine Unterkunft buchen. Dann, wenn du da in Wilhelmstadt an der Tankstelle stehst mit deinem Nitro und du ballerst mal eben für 400, 500 Euro Benzin da ins Boot rein. drei Tage lang für ein paar Barsche. Das ist schon heftig, ne? Also das muss man mal sehen. Ja, das ist wirklich krass. Also das macht nicht jeder mal einfach so jedes Wochenende, ne? Das kommt ja auf das Boot an, ne? Also wir haben am Tag verfahren so ungefähr für 60 Euro Sprit mit dem kleinen Boot mit einem 40 PS Motor. Da waren Leute bei, ich denke, pro Tag 300 Euro. Null pro B. Ja? Da freut sich der Hafenmeister. Der freut sich. Mit großem Grinsen kommt er immer jeden Tag in Wilhelmstadt nach der Tour. 16 Uhr war sein Moment, ey. Da wurde getankt. Ja. Für 220 der Liter Benzin. Wie teuer ist denn überhaupt? Wie teuer ist denn jetzt für so einen Otto-Normal-Angler überhaupt so eine Challenge, wenn ich daran teilnehme? Ja, also du hast ja verschiedene Kosten, die da auftauchen. Also sagen wir mal, du angelst nur die drei Turniertage, ja? Kein Training, kein gar nichts. Das ganze Jahr warst du nicht da. Sonst müsste man noch mehr deutlich errechnen. Also nur diese Challenge. Drei Tage. Du musst eine Unterkunft buchen oder ja, es ist halt sinnvoll in diesem Park. Die kostet so 400, 500 Euro ungefähr, je nach Größe. Dann Teilnahmegebühr 750. Dann brauchst du noch Hafenliegegebühren am Tag rund 20, 30 Euro, sowas. Du musst ja mit deinem Boot erstmal bis dahin fahren, ne? Das brauchst du. Du brauchst das Boot natürlich auch. Anteilig da irgendwie mit reinrechnen. Und dann die Spritkosten, wenn du da jeden Tag dann eben die paar hundert Euro oder sagen wir mal hundert auf den Deckel hast. Aber wenn du alles zusammenrechnest, dann musst du abends noch essen gehen und so, weil du kannst ja nicht da oder selbst musst du einkaufen. Keine Ahnung. Es kostet alles ein bisschen mehr, wenn du extern da unterwegs bist. Also so 3.000, 4.000 Euro musst du rechnen. Das ist schon ein Hammer, ne? Das ist heftig, ja. Schon. Kann sich dann eigentlich jeder Privatmensch dort anmelden? Ja. Kann sich anmelden, ja. Also das geht natürlich so, wer sich jetzt qualifiziert hat, automatisch fürs nächste Jahr, sind alle die, die die Karte vollgeangelt haben, sind fürs nächste Jahr qualifiziert. Und danach gibt es eine Warteliste. Dann kann man sich anmelden, aber dann ist nach Warteliste, dann wäre so, zuerst kommt mal zuerst oder wonach auch immer das geht, ne? Ja. Das macht der EFAT. Das weiß ich nicht so genau, sein Verfahren. Oder er lost dann auch Plätze teilweise, wenn es zu viel Anmeldung gibt, ne? Dies Jahr wäre jetzt möglich gewesen, für jeden noch teilzunehmen, weil er hatte ja 150 Plätze ausgeschrieben und ich glaube, es waren 110 oder so da. Also da war noch Luft. Okay. Aber die Jahre davor war es immer sehr voll. Also. Du hast ja gerade gesagt, mit welchen Kosten man da rechnen kann. Und wenn man da 3.000 Euro schon auf dem Deckel stehen hat fürs Wochenende, dann ist man wahrscheinlich auch bestrebt, einen der vorderen Plätze zu belegen, weil da gibt es ja auch Preisgelder. Ich glaube, für den ersten Platz gab es 15.000 Euro, für den zweiten 7.500 Euro. Ja. Gibt es dann auch mal so Betrugsversuche, dass man sich da irgendwelche Fische bunkert oder so? Hast du da schon mal von gehört? Also da kannst du davon ausgehen, dass es diese Versuche gibt. Bei der Predator-Tour selbst, ich finde dieses Turnier ist unfassbar gut organisiert. Der E-Fat ist ja ein Ex-Militär. Das ist so ein 2-Meter-Schrank, der also ganz klare Ansagen macht. Jeden Tag wieder. Das ist auch, ich finde das ja amüsant, ne? Komm, er scheißt immer die Leute zusammen, wenn dann zu viel geredet wird, so, ne? Go outside and drink beer with your friends while shut up. Also da ist so richtig heftig. Schickt er die Leute mal weg. Also das ist witzig. Aber der hat das echt gut im Griff. Und dieses Jahr, interessante neue Regel, wie gesagt, durch die Bootskontrollen und so weiter versuchen die natürlich jegliche, wir haben auch GPS-Sender an Bord, also die können sehen, wo wir sind und wie schnell wir fahren, auch solche Sachen, ne? Also ich kann nicht in den Hafen reinfahren und mir da irgendwie einen toten Hecht kaufen oder so. Das sehen die, dass ich reingefahren bin, ne? Das geht nicht. Oder dass sich zwei Boote treffen, ne? Von der Challenge, so Hechte übergeben. Das sehen die, ne? Darfst dich einem Boot nicht nähern, äh, auf eine gewisse Distanz. Also auch das ist nicht erlaubt. Ähm, aber das gibt natürlich Optionen, ne? Also ist ja klar, dass es Optionen gibt. So und dieses Jahr war interessant, da hat der EFAT also, ähm, etwas von, äh, Rumors erzählt. Also Gerüchte gingen rum, äh, so nach dem Motto, es gehen hier Gerüchte rum, aber Freunde, glaubt mir, ich hab das hier im Griff. Ich mein, also so nach dem Motto, I'm on top of it. Das war so seine Ansage. Da hab ich erst gar nicht verstanden, worum es hier geht, was so das Ding ist. Und, äh, dann hat er gleichzeitig eine Regel verkündet, dass die Top 5 am zweiten Tag alle einen Marshal an Bord bekommen. Einen Kameramann. Okay. Die machen auch einen Film hinterher für ihren YouTube-Channel und da wollten die ein bisschen was filmen von den Top 5, ne? Ist ja klar, das ist das interessanteste Publikum, die Top 5 da. Und dann bin ich hinterher zu ihm hin. Ich so, EFAT, nicht, dass wir in die Verlegenheit kommen, ja, aber, äh, wir haben ja Kameramann an Bord, wir können dann gerne die Aufnahmen, äh, tauschen untereinander, äh, wie auch immer, nur, falls du von uns was haben willst, oder wie auch immer, aber vier Leute an Bord macht ja keinen Sinn. Er so, nee, nee, Jungs, unter uns, darum geht's gar nicht. Euch vertraue ich ja sowieso, ihr filmt ja alles, das ist ja gar nicht das Problem. Wir können, wir können ja gar nicht bescheißen, wir filmen ja alles, was wir machen, ne? Ist ja für uns unmöglich so. Er meinte, es geht einfach darum, er hätte gehört im Vorfeld, es hätten, wie auch immer, Leute, Fische angeleint und irgendwo gebunkert. So. Dem wird er vorsorgen. Er wird das nicht durchgehen lassen. Ja, ist ja gut, wenn er das so kontrolliert. Ich will das ja auch keinem unterstellen, dass er da betrügt, aber wenn es um Kohle geht, dann, äh, wenn es um 15.000 Euro geht und wenn diese Gerüchte auftauchen, äh, das denkt sich keiner aus, ne? Also, ich hab jetzt bei der Predator-Tour noch nie, äh, konkret gehört, dass irgendeiner irgendwas betrogen hätte. Noch nie. Also, das wäre mehr neu und, äh, was die Leute da sich zusammen angeln und wer da gewinnt und wer da was fängt, den nehme ich das auch voll ab, weil das echt immer gute Angler sind, die oben stehen, äh, oder in irgendwelchen, äh, Teams so da, äh, rumangeln schon das ganze Jahr. Die haben sich super vorbereitet. Also, man merkt auch klar, wer da häufig angelt, sehr gut vorbereitet ist, der landet am Ende auch ganz oben. Also, der, der Nils Gapsa, ich habe auch kurz mit ihm gesprochen, ist er Zweiter geworden, ein sensationeller Auftritt auf der Bühneabend, äh, der, äh, hat er ja auch zu mir gesagt, seine Branche war ja in den letzten Jahren schwierig, der ist ja so in der Eventbranche. Er hatte mehr Zeit fürs Angeln, immerhin das, ne? Also, hat sich auch um die großen Barsche gekümmert, das ist ja sonst immer so sein, sein Laster, die Barsche, ne? Nicht so eins, er ist ja so Hechtangler, ne? Und der hat ja in letzter Zeit so viel auf Hecht geangelt und sehr schöne Großhechte gefangen, auch viele. Das kommt einem natürlich dann zugute, ne? Aber die haben ja auch super gefangen, ne? Ich hab hier mal die Ergebnisse von dem Diver Germany Team mit, mit Nils Gapsa und Bart Mill, die haben jetzt drei Hechte gefangen und der Schnitt ist ungefähr so Meter vier. Ja. Zanderschnitt, ja bestimmt 73, 74, Barscheschnitt 48 Zentimeter. Ja. Das ist schon krass, ne? Und hier, die Gewinner, die Gewinner haben sogar, ja, der Zanderschnitt ist ja krass bei den Gewinnern, der ist wahrscheinlich so bei 78, ne? Ja. Okay, bei Nils ist das so, die hatten ja mit dem Bart Mille, äh, das Boot von dem Bart, ähm, der fährt ja sonst immer mit seinem Zwillingsbruder, der Bart, äh, die haben, die haben ja zweimal das Turnier am Volkerrad gewonnen damals, sehr gute Angler auch, äh, der hat dann also Team gemacht mit Nils und die hatten ein relativ kleines Boot, ein 30 PS Motor und haben nur Wurfangeln im Kraut gemacht. Achso, okay. Die haben gar kein pelagisches Angeln gemacht, nein, die haben, bei denen sieht man ganz klar, äh, deren, äh, Riesenfund war einfach, dass die sich da extremst gut auskennen und da sieht man, diese Vorbereitungszeit, äh, die zahlt sich am Ende aus, ne? Also die Zeit, die ja da fischen, äh, war dieses Jahr schon, das macht sich in so einer Challenge bemerkbar. Das ist etwas, das muss man ja auch zugestehen, was ich und was Herbert, was wir uns nicht leisten können, was wir nicht machen. Das ist nicht mein Profil, ich fahre privat aus Koblenz bis ich am Haringflied bin mit Boot, das sind fünfeinhalb Stunden, da brauche ich am Wochenende nicht, Freitag losfahren, bin ich im Dunkeln da, muss ich Sonntagfrüh schon wieder zurück, ich habe normale Arbeit, äh, und Familie, das geht null, ne? Also das mache ich einmal im Jahr vielleicht, aber mehr ist da nicht drin, ne? Für Herbert aus Bayern noch viel schlimmer, äh, da haben, das ist halt so, ne? Und da merkst du am Ende dann auch, da hängt es so ein bisschen dran, ne? Vorbereitungszeit, äh, ist wie bei Sport auch, ja? Wer mehr trainiert, der ist am Ende besser. Deshalb kann es ja immer mal passieren, dass man auf mal 100 serviert von 104. Ja, genau. Wie ist das denn eigentlich dann, äh, zum Schluss der Challenge, denkt man da nur noch, hauptsache ich werde nicht Letzter, oder ist das auch alles egal? Ja, doch, also ich hatte schon, ich dachte so, komm, ey, ein Hecht für die Ehre, ne? Also dieser Hecht für die Ehre, das, bei dem wollte ich unbedingt noch fangen, muss man ehrlich sagen. Ja, schon, also das ist ja für einen selbst äußern, also es spielt keine Rolle mehr im Lenking. Und zum Schluss noch den 30 für, ne? Ja, wäre geil gewesen, ne? Ja. Weißt du, was zum Schluss passiert ist? Das ist die beste Aufnahme der ganzen Zeit. Zum Schluss ist echt passiert. Wir stehen im Boot, Herbert seinen Riesengummifisch montiert, ich hatte mittlerweile dann auch schon für die letzte halbe Stunde einen Twindler, so all in, ja, jetzt ein Riesenhecht oder nix mehr. Und Sebastian sagte dann noch so, so Leute, ich filme jetzt letzter Wurf mal mit Ansagen, ne? Wie gesagt, okay, ja, letzter Wurf, ne? Herbert holt aus mit der Baitcaster, Köder fliegt hinten ins Wasser, Köder ist ab. Hat sich aus dem Einhänger rausgedreht. Er hat so einen, so einen unlösbaren, so einen Eindreheinhänger, der sich auch nicht öffnen kann oder so. Der Köder war einfach weg. Einfach abgefallen. Das war doch dann der passende Abschluss zu den drei Tagen. Ich habe auch sofort eingekobelt und gesagt, das war's, Herbert. Das ist so, das war bezeichnend, das war so unglaublich, so unglaublich, wirklich. Das, ja, ja, so ist das dann halt, ne? Also, aber zum Schluss, man merkt das die letzten zwei Stunden schon und dann lockert sich langsam auch wieder diese Stimmung. Man ist ja schon dann zum Teil verbissen oder so ein bisschen, ja, man will ja dann doch noch irgendwie was fangen, aber die letzten zwei Stunden weißt du schon, okay, kommt, Leute, der Drops ist hier gelutscht. Jetzt kannst du hier auch nix mehr machen, so. Und ja, das ist dann nicht mehr so schlimm. Also wenn jetzt in den letzten Tagen, das ist ja drei Tage her, mit Herbert schon ein paar mal wieder telefoniert. Ja, jetzt gerade auch, ja. Und? Neue Analyse? Erster Anruf so, und hast den Wunden schon gleckt? Dem ist das egal. Herbert ist jemand, der nur vorangeht. Okay. Den kannst du fragen, ob wir morgen eine Challenge angeln, ist er dran. Aber für unsere Zuhörer ist es doch auch irgendwie tröstlich, dass so zwei Top-Angler an einem Top-Gewässer relativ gut vorbereitet auch mal einen Schneidertag oder schlechte Tage hinlegen können, weil das zeigt ja, ne, das kann jedem mal passieren. Das kommt selbst in den besten Familien vor, dass man mal keinen Hecht fängt. Ganz genau. Also, oder das, was man will, ne. Wir haben ja jeden Tag Fische gefangen, ne. Zander war ja kein Problem so, das hätte man ausbauen können, aber wozu, das ist ja nicht die Aufgabe dann. Aber so geschneidert haben wir keinen Tag. Das ist es nicht, aber eben die Hechte, das war schlimm. Aber ja, wer hier glaubt, nur weil er uns ab und zu meinen Filmen sieht und wir da auch gut fangen, dass das immer so läuft, das ist voll falsch gewickelt, ne. Also voll. Ich kenne, also ich habe so viele Schneidertage auch in meinem normalen Angelbetrieb so drin. Ich gehe ja auch privat viel angeln und probiere ja auch gern mal was, ne. Dann geht man mal irgendwie einen neuen See an, wo man große Barsche fangen möchte oder so. Dann fängt man auch mal zwei Tage. Gar nichts, ja. Das habe ich ganz normal wie jeder andere Angler auch. Ja, in den Filmen werden ja immer nur die Fangszenen hintereinander geschnitten. Die Stunden ohne Fisch, die dann dazwischen liegen, die sieht ja meistens keiner, ne. Und die will ja auch keiner sehen. Das stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings, ja. Wahrscheinlich war der Angelgott einfach nicht auf eurer Seite dieses Mal. Ne, überhaupt nicht, ne. Aber die Erfahrung lehrt ja, wenn man so schlechte Tage hinter sich hat, dann wird es richtig gut. Also angeln gehen die nächsten Tage. Ja, genau. Das ist so. Ja, ja, das ist so. Wie umgekehrt, also, ne, auf deinen Beißtag. Aber andersrum ist das genauso, ne. Irgendwann mit dem Glück, das Glück, da gibt es immer nur eine begrenzte Menge von, ne. Wenn man mal das alles verbraucht hat, dann kommt auch mal eine Zeit Pech. Ja, genau. Und umgekehrt. Ja, das kennst du doch auch, oder? Also so Phasen, da hat man so, da läuft alles. Ich weiß immer, wenn ich einen schönen Fisch gefangen habe, dann freue ich mich drüber. Dann weiß ich aber auch, dass jetzt wochenlang nur Scheiße kommt. Das ist immer so. Ja, ich weiß das. Das ist so. Das ist so. Ja, ja. Richtig. Und vielleicht finden Herbert und Birger doch noch eine Erklärung für das schlechte Abschreiben. Man weiß es ja nicht. Birger. Ja, also ich habe noch einen Gag am Rande. Den muss ich jetzt auch noch loswerden. Also ich darf das auch. Herbert hat gerade gesagt, ich kann das ruhig erzählen. Pass auf, jetzt kommt die Esoterik-Nummer. Ich bin überhaupt kein Typ. Ich bin Wissenschaftler. Wer das weiß, ich kann das nicht haben. Aber jetzt erzähle ich das. Also, Herbert hatte eine Woche vor dem Turnier. Probleme mit der Halswirbelsäule. Er hatte Schmerzen im Nacken. Er hatte Lähmungserscheinungen im Arm. Er konnte nicht schlafen. Er hatte brutalste Probleme. Krankenhaus München. Hingefahren. MRT gemacht. Das MRT-Bild hat er mir gezeigt. Katastrophe. Das sah aus, als hätte er einen Autounfall gehabt. In der Halswirbelsäule. Zwei Bandscheiben komplett auf dem Nervenkanal. Drücken drauf. Na klar, hast du dann Lähmungserscheinungen oder irgendwelches Kribbeln und Schmerzen. Die haben im Krankenhaus gesagt, wir können das nicht mal verantworten, sie jetzt gehen zu lassen nach Hause. Sie werden jetzt heute operiert an der Halswirbelsäule. Herbert, kennst du Herbert? Na, ich muss die Präder durchfischen. Wie jetzt? Was fischen? Sie fischen gar nichts. Sie dürfen nicht mal die Treppe runtergehen. Sind sie verrückt, die Erschütterung? Das geht gar nicht. Sie können querschnittsgelähmt sein, wenn sie gehen. Aber sind sie verrückt? Jetzt operieren. Das war die Ansage. Er hat drei Ärzte aufgesucht, alle das Gleiche. Ach du meine Güte, wie sind sie hierher gekommen überhaupt mit diesem Hals? So, die Lösung von Herbert. Tipp vom Kumpel. Er ist zum Schamanen gegangen. Zu wem? Zu wem? Zu einem Schamanen. Er ist zu einem Schamanen gegangen. Das hat er uns, das hat Herbert uns erzählt. Sebastian und mir hat er das erzählt. Ich finde es interessant. Nach dem ersten Angeltag abends, ja. Da waren wir bei uns in der Unterkunft und er dann so, hatte so ein Bett im Wohnzimmer, lag der da so und hat das erzählt, voller Inbrunst. Ich dachte die ganze Zeit, wann kommt jetzt einer mit der versteckten Kamera raus? Der Schamane hat mit ihm erstmal, zahlt er 220 Euro so und dann ihm erstmal eine Stunde so gesülzt über Gott und die Welt. Der hat ihn nicht mal einmal angefasst, ja. Und dann ging das los so mit der, sagen wir mal in Anführungszeichen, Behandlung so. So Hand über den Kopf halten, so die Energie fließt jetzt durch dich. So dieses Zeug halt, ja. Wo einer dann sich so voll so diese Trance-Hypnose nimmt. Und dann kann man sich das vorstellen. Herbert Ziereis erzählt mir, wie er da sozusagen in Trance fällt und so rumeiert und irgendwie keine Ahnung was macht. Und es wird warm und keine Ahnung. Ich so, Herbert, du verarschst mich. Ich habe ihn zehnmal gesagt, was erzählst du denn hier für einen Unsinn, ja. Du, was soll das hier alles, ne. Macht natürlich keinen Sinn, Leute. Die Halswirbelsäule ist Schrott. So. Ich habe Sportwissenschaften studiert. Ich sehe das, wenn ein MRT, wenn da Schrott ist, ja. Das war Schrott. Das war schlimm, was ich da gesehen habe. Schockieren. Der ist rausgegangen nach diesen zwei Stunden Behandlung, hatte keine Schmerzen mehr. Der saß bei uns auf dem Boot die Woche. Wir sind Boot gefahren bei vier Windstärken. Jeder weiß, wie es ist, vorne im Boot zu sitzen und die Wellen klatschen mal so richtig von unten dagegen, eine Dreiviertelstunde. Wer da ein Problem mit dem Rücken hat, der flippt aus vor Schmerzen, ja. Ja, und auch Spinnfischen, die einseitige Belastung, ne. Dann hat er doch den 30 Zentimeter langen Herbert an der Angel. Ach du meine Güte. Ja, also, äh, der war schmerzfrei. Der war da und hatte nix. Dieses MRT-Bild, ich wette, wenn du das heute machst, das sieht ganz genauso aus, da ist nur, da ist nur Schrott im Sand. Das ist nur Psyche, ne. Verrückt, ne. Was hat der Schamane jetzt mit den Hechten zu tun? So. Und dann am zweiten Tag abends, ich so, Herbert, das mit dem Schamane, ist das jetzt wahr oder nicht, komm, das kann doch nicht sein jetzt alles hier, ne. Er so, doch, das ist so und so. Er war da voll überzeugt, ne. Ich hab immer, Sebastian guckte mich auch mal an, so von der Seite so, boah, was ist das hier jetzt für ein Auftritt, ne. So ganz komisch alles, aber ja, okay, sprach ja für sich. Ich hab irgendwann gesagt, Herbert, so, pass auf, wenn wir nach Hause fahren. Gehst du zu dem Schamane und ich will, dass du ihn fragst, ob das der Preis war für deine Halsbesserung, dass wir hier kein Hecht fangen? Ist das sein Werk? Frag ihn. Nein. Ich glaube gar nicht an sowas. Mir ist das, dieser Hokus-Pokus-Kram, das finde ich albern. Aber du zweifelst schon ein bisschen, oder? Ich zweifle jetzt. Man muss ja auch immer ein Opfer bringen, ne, bei so einem Schamanen. Vielleicht war das das Opfer, ne, was ihr bringen musstet. Das ist so albern. Alles hat seinen Preis und ich möchte das jetzt auch sein, ich möchte das jetzt wissen, ehrlich. Also die Geschichte gefällt mir, Bär. Die ist unfassbar, wirklich. Ich könnte mich kaputt lachen, wenn ich die, also das warst du. Frag mal nach der Adresse, wer weiß, ob wir das nochmal gebrauchen können. Ja, unglaublich, oder? Ja, wirklich, ja. Das ist unglaublich. Mich amüsiert es doch, dass du jetzt vielleicht dran glaubst. Ja, weil ich auch, muss ich ehrlich sagen, also kannst du reden, wie du willst, ich habe immer noch keine hundertprozentige Erklärung dafür, dass ich da keinen Hecht gefangen habe. Ich meine, 60er oder so. Hey, ich habe zwischendurch mit dem Zanderkönig geangelt, zwei, drei Stunden lang. Dieser Köder, der ist ja nur elf Zentimeter, im Krautfeld flach gekurbt. Da fliegen die Hechte dran. Das ist so ein Köder, wenn du einfach nur dringend einbrauchst. Das Ding oder ein Maps 3, so, ja. Aber da fliegen die dran, da sind kleine Häkchen dran. Der hast du. Das ist kein Risiko. Das Ding hast du, ja. Ich habe da nicht mal einen Biss drauf bekommen. Das ist eine geile Story. Und wann geht der Herbert wieder zum Schamanen? Ja, der ist jetzt die Tage da. Also ich warte drauf. Also ich würde sagen, wenn ihr dann vom Schamanen erfahrt, dass die Hechte dann der Preis dafür waren, dann werden wir es mal, ich glaube, wir hauen es mal einfach kommentarlos bei Social Media raus. Dann wissen die Hörer Bescheid. Ich bin auch mal gespannt, wie das mit seinem Rücken weitergeht. Also ich meine, dieser Schaden ist ja offensichtlich da. Also das Bild lügt ja nicht. Ist das jetzt nur so temporär, was so ein Schamane da kann? Oder ist das geheilt? Oder wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Macht jetzt da ein Arzt ein MRT und steht da und sagt so, hä? Was ist das hier? Alles Schrott. Warum haben sie keine Schmerzen? Verstehe ich nicht. Also ich weiß, dass es tatsächlich, wenn man beispielsweise ältere Leute röntgt oder MRT-Bilder von der Wirbelsäule macht, die sehen teilweise gruselig aus. Das sind aber normale Verschleißerscheinungen. Bandscheiben werden ja flacher im Laufe des Lebens, knöcherne Fortsätze an den Wirbelkörpern. Es muss nicht zwangsweise mit Schmerzen zusammenhängen. Muss nicht. Das ist das Einzige, was mich tröstet. Das weiß ich aus meinem Studium. Das heißt, man hätte eigentlich von Herbert sozusagen vor drei Jahren schon mal ein MRT machen sollen, um einen Vergleich zu haben, weil die Schmerzen waren ja jetzt nur kurzfristig. Die waren ja erst vor ein paar Wochen drauf getaucht. Es kann ja sein, dass seine Wirbelsäule schon seit Jahren so aussieht. Ohne Schmerzen. Aber weiß der Geier, das lässt sich jetzt ja nicht mehr machen. Aber es ist auf alle Fälle spannend, ob jetzt der Herbert und du vielleicht so einen esoterischen Blick aufs Hechtangeln gewinnt. Ah, herrlich. Demnächst mit Reutscherstäbchen. Das weiß ich doch alles. Erstmal meditieren und dann... Wenn es hilft, wenn es hilft. Nur weil ich es nicht verstehe, heißt es ja nicht, dass es nicht existiert. Das stimmt, das stimmt. Ich kann auch keine Mikrowelle bauen und ich sehe da auch nichts, aber mein Essen ist heiß. Es funktioniert. Also mal im Ernst, ja. Tja, es bleibt, dass es ist noch zu klären. Wir werden es klären und wenn du das nächste Mal zu Gast bist, Birger, dann kommst du als Fischflüsterer und hast auch ganz andere Erkenntnisse. Ja, ob man das wohl auch für sich benutzen kann, aber ich glaube, da waren schon viele Leute dran. Jetzt so mit Absicht hier für 200, jetzt will ich den Pokal, also die Nummer, aber ich glaube, so rum geht es nicht. Glaube ich, weiß aber nicht. Wir werden mal sehen, was dabei rumkommt. Wir bedanken uns auf jeden Fall, Birger, dass du trotz eures hundertsten Platzes die Zeit gefunden hast und auch die Lust mit uns über diese kleine Niederlage zu sprechen. Aber wie du hast gerade gesagt, das mit der Esoterik, vielleicht habt ihr was viel Größeres daraus gewonnen. Ja, weißt du, wenn dafür Herbert schmerzfrei bleibt, langfristig, dann nehme ich den hundertsten Platz mit Kusshand, weil das ist es doch im Leben, worauf es ankommt, oder? Das stimmt, das würde ich Herbert wünschen und uns allen und auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen die beste Gesundheit und einen schönen Tag noch. Ja, aber im Moment, wer dieses Desaster nochmal als Film sehen will, wir kennen ja keine Schmerzen, was das angeht. Wir haben natürlich einen Film gemacht. Ich setze mich an den Schnitt und werde dieses Fiasko natürlich bei uns auf Paragu hochladen. Kein Problem. Ist denn in dem Film dann auch die MRT-Aufnahme zu sehen? Nee, diese Schamanennummer haben wir da rausgelassen. Das war mir einfach zu peinlich. Ich habe jetzt echt aber auch heute überlegt, ob wir das machen. Aber ja, okay, komm. Aber der Film kommt ja ein bisschen später und dann haben wir ganz andere Ketten. Also da kommt die Schamanennummer richtig rein. Auch dieser letzte Wurf, wo sich dieser Köder ausklingt, beim letzten Wurf ausgerechnet. Thomas, ich glaube, der Birger ist wirklich am Überlegen, was da... Ja, so geht es. Jeder hat sein Erweckungserlebnis irgendwann im Leben. Birger, alles Gute, ja. Okay, ja, danke. Demnächst wird mit Aluhut gehandelt, glaube ich. Alles klar. Alles klar, Jungs. Bis dann. Okay. Tschüss. Ciao. Petri. Tschüss. 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 Tschüss.